Das Universum ist voll mit dunkler Materie. Das stellt uns vor ein großes Rätsel, oder wenn Sie Teilchenphysiker sind wie ich, dann stellt sich das vor eine große Herausforderung. Die Frage ist, wie kann ich herausfinden, aus was dunkler Materie besteht? Wir wissen also, das haben Sie im Programm auch gesehen, es gibt diese dunkle Materie überall um uns herum. Konkret, wir wissen die Masse, die wir haben bei dunkler Materie hier in diesem Raum, haben wir etwa so viel Masse, wie ein Proton schwer ist, also ein Wasserstoffkorn schwer ist, in dem Volumen von Ihren Daumen. Das ist nicht besonders viel, so ein Wasserstoffatom mehr oder weniger in Ihren Daumen, das macht den Tragen auch nicht fett. Aber da dürfen Sie nicht verkennen, dass wir natürlich hier auf der Erde in einem sehr, sehr, sehr speziellen Ort im Universum sind. Allein wenn Sie schon 10 oder 100 Kilometer nicht nach Süden oder Osten fahren, sondern nach oben, dann sind Sie im Vakuum des Weltalls und dann tatsächlich macht dieses Wasserstoffatom pro Daumen Größe doch wirklich einen großen Unterschied. Wie kann man sich dunkle Materie vorstellen? Wissen wir nicht. Was wir momentan machen in der Forschung, ist, wir sagen, okay, wir fangen mal an mit den einfachsten Modellen, den einfachsten Vorstellungen, die wir uns ausdenken können und versuchen, diese einfachsten Vorstellungen zu überprüfen. Das ist die wissenschaftliche Methode, fängt nicht gleich an mit etwas sehr Komplizierten, man fängt immer etwas mit einem sehr Einfachen an und deshalb hören Sie mich häufig reden über das dunkle Materieteilchen oder ein dunkles Materieteilchen. Das muss aber sicherlich gar nicht der Fall sein. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es Dutzende, Hunderte, Tausende, weiß kein Mensch, verschiedene Teilchen der dunklen Materie gibt, wenn man sich das klar macht. Im Universum bestehen ja nur etwa 4-5% der Materie, der Energie im Universum, bestehen aus Sachen, die wir kennen. Das Periodensystem der Elemente sind 4-5%. Und um dieses Periodensystem der Elemente zu erklären, naja, brauchen wir die Protonen, die Neutronen, also die Quarks, das sind die Elektronen, die Myonen, die Tausen, die Neutrinos, die ganzen Kraftteilchen, das Higgs-Boson, haben Sie vielleicht alles schon gehört, es ist wahnsinnig komplex, unsere Natur um uns herum. Und jetzt komme ich daher und sage, naja, es gibt 5-mal mehr Materie im Universum als das, was ich kenne. Es ist beinahe vermessen anzunehmen, dass das nur aus einem Teilchen besteht. Nichtsdestotrotz ist das momentan so der Status, auf dem wir sind. Wir wären ja schon froh, wenn wir dieses eine Teilchen finden können. Wenn es sich da natürlich in die ganze Welt ergibt, die wir eines Tages vielleicht erforschen können, das wäre natürlich noch viel schöner. Wir haben hier noch ein paar Bilder. Was ich zunächst machen möchte, ich werde immer wieder gefragt, wie funktioniert jetzt eigentlich mein Experiment? Wie kann ich ein Experiment bauen, mit dem ich versuche, der dunklen Materie auf die Schliche zu kommen? Und dazu darf Sie sich erst noch mal entführen in den Gran Sasso. Wir haben hier, als wir das Programm gemacht haben, eine eigentlich sehr tolle Aufnahme gemacht, wie ich finde, eine Videoaufnahme. Es ist eine wahnsinnig schöne Berglandschaft zum Wandern, die Apuzen sehr empfehlen. Wir haben also die Kamera aufgebaut und eine Timelapse eben gemacht. Und diese Aufnahme vorne auf 1 Uhr ist ein kleiner Schäber und da müssen Sie aufpassen, wenn Sie in den Nationalpark wandern gehen und Sie kommen aus der Sehne in eine Schafserie. Nicht gesund. Also ich wandere immer mit Wärterspray gegen die Schafsröhe. Schäber und die. Ja, dann haben wir das eben laufen lassen und waren eigentlich schon ganz glücklich. Wir haben gesagt, wunderbar, das packen wir auf jeden Fall ins Programm ein. Und dann wurde es nur noch besser, weil dann ist ein Ungewetter aufgezogen. Die Aufnahme, die Sie hier sehen, die zieht sich in Echtzeit über vielleicht mehr als eine Stunde. Und da hat es jetzt angefangen zu flitzen. Michael, der hinten sitzt und die ganze Technik macht, den wurde es da ein bisschen ruhig. Und so vorne da so ein paar hundert Meter von einem, den den Blitz einschlagen sieht. Und trotzdem fanden wir es eigentlich super, weil das auch so ein toller Übergang ist von hell auf dunkel. Und um den Strich muss man es aus dem Programm doch rausschweißen. Das ist halt immer so die Sache, wenn wir das machen. Gut, sind wir in Kanzasso, wollen wir uns das Untergrundlabor anschauen. Hier, das ist der Kornokrande, 3000 Meter, über 3000 Meter. Ein toller Wanderwerk auch hier im Winter. Das ist ein Jahres. Und Sie fahren da also in dieses Untergrundlabor mit dem Autobahntunnel. Das ist wahnsinnig bequem für uns natürlich. Wir können mit dem LKW reinfahren. Heißt für Sie aber auch, wenn Sie da mal im Urlaub sein sollten, schicken Sie mir eine E-Mail. Können wir gucken, ob wir es Ihnen ermöglichen können, dass Sie sich das Untergrundlabor selber mal anschauen. Wir fahren also in diesem Autobahntunnel, in dieses Untergrundlabor. Das Untergrundlabor selber wurde auch gebaut, als die Autobahntunnels gebaut wurden. Die Wissenschaft ist üblicherweise nicht so viel Geld da, dass man solche Tunnels nur für die Wissenschaft baut. Sie sehen, da gibt es so drei, also von ganz links nach ganz rechts, die beiden Autobahntunnels. Und in der Mitte des Labor hat diese drei großen Hallen, Michael zeigte gerade die eine, die zweite und die dritte. Die sind nicht zufällig so ausgerichtet, die zeigen zum ZERN andere Experimente, die dort untergebracht sind. Die versuchen zum Beispiel Teilchen, konkret Neutrinos, die zusammen produziert werden, hier am Kratzer so nachzureißen. Für Klaustrophobische ist das eigentlich ganz angenehm, weil Sie haben jede Menge Ausgänge. Also das Labor selber hat drei Ausgänge zum Autobahntunnel und die beiden Röhren sind auch alle paar hundert Meter durch Tunnels, Quertunnels miteinander verbunden. Das einzige Problem ist, wenn da es gar wirklich was wäre, müssen Sie fünf Kilometer, egal in welche Richtung, rennen. Das dauert ein bisschen. Ja, so sieht es im Labor aus, also dieser Tunnel ist der Haupttunnel, da können Sie wirklich mit dem Laster reinfahren. Die großen Hallen natürlich abgetrennt ist da aus Feuerbünden, mit diesen großen Strahlrohren, das ist ein bisschen wie ein Chaps-One-Film reinfährt und sich das Labors selber anschaut. Das Experiment, an dem ich, wir haben zwei verschiedene Experimente, die ich Ihnen vorstelle. Das eine ist ein kleineres Experiment, zu dem kommt sicherlich durch so einen kleinen Gang, das sehen Sie hinten rechts. Wenn Sie schauen, da steht so groß an Xenon und diese Hütte und in dieser Hütte hat es so ein, ja, es glänzt. Wir wollen mal in diese Hütte reingehen und uns mal schauen, wie es da drin aussieht. So. Und was Sie sehen ist, naja, das ist eine Eingangstüre hier mit der großen Türklinke, rechts kommen Sie rein. Und das hier ist also jetzt das eigentliche Experiment. Und jetzt sagen Sie, naja, also gut, warum sind wir nicht unter Tage? Heute, das wurde im Programm ja auch erwähnt, wir gehen unter Tage. Was versuchen wir, Teilchen der dunklen Materie nachzuweisen? Und das heißt, wir suchen ein bisschen die Stecknadel im sprichwörtlichen Heuhaufen. Die Stecknadel ist unser dunkles Materieteilchen und der Heuhaufen sind alle möglichen anderen Teilchen natürliche Radioaktivität, die um uns herum ständig mit uns wechseln wirken. Radioaktivität ist was ganz Natürliches, gibt es überall und ein bisschen was davon tut uns auch gar nichts. Das meiste, die meiste Radioaktivität hier in diesem Oberschwaben oder sonst wo, wo sie normalerweise sind, ist die sogenannte kosmische Höhenstrahlung oder wenn Sie es ein bisschen wie die Teilchen haben, das sind Myonen aus der kosmischen Höhenstrahlung, das ist die meiste Radioaktivität. Von der bleibt hier unter Tage nichts mehr übrig, die haben wir abgeschirmt. Aber jetzt sind wir natürlich einen Kilometer tief im Berg, fünf Kilometer tief im Berg, ein Kilometer tief unter Tage. Sie kennen das aus Ihrem Keller, im Keller muss man gut lüften. Warum ist das? Was war ein Keller, was muss man Keller immer gut lüften hier? Radon, vielen Dank, ja wegen dem Radon, das ist auch ein radioaktives Gas, natürlich jede Menge Radon hier drin. Das heißt, es reicht nicht nur unter Tage zu gehen, sondern wir müssen weiterhin versuchen, unser Experiment auch von anderen Arten der Radioaktivität abzuschirmen. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen und Sie kriegen eine Röntgenaufnahme, dann kriegen Sie da so eine Bleischürze an, da werden Sie mit einem Millimeter oder so Blei von Röntgenstrahlen geschützt. Wir schützen unseren Experiment nicht nur mit einem Millimeter aus Blei, sondern wir schützen uns hier, das ist dieses graue Zeug hier, mit 20 Zentimeter Blei. Damit ist die ganze Radioaktivität, die hier zum Beispiel aus dem Felsen kommt, von Uran und Tropium auch abgeschirmt. Ich habe ein Bild, wo wir den Detektor mal aufmachen. Da kann man das ein bisschen, das ist leider kein Ausgleich, also kein komplettes Bild, sondern ein normales Foto. Das hier waren diese 20 Zentimeter Blei, die haben Sie schon. Das reicht noch nicht, wir packen nochmal 20 Zentimeter Plastik innen rein. Plastik ist dafür da, um die Neutronen zu moderieren, also wir haben da keine Neutronen mehr. Dann sehen Sie hier so eine Dichtlippe, die Dichtlippe, das ist ein bisschen, jede Menge technische Details hier. Diese Dichtlippe ist dafür da, um das Radon rauszuhalten. Wir packen innen rein Stickstoffatmosphäre, den Überdruck, damit das Radon wegbleibt. Und dann sehen Sie hier so Kupfer wie so ein Schrein innerhalb von dem Plastik. Wozu dieses Kupfer? Naja, wir hatten dieses Plastik montiert. Dann haben wir festgestellt, verflixt. Das Plastik, ich meine das normale Plastik, das ist aber in unserem Verhältnis immer noch ein bisschen radioaktiv. Das ist ein Mist. Dann haben wir eben Kupfer genommen. Das Kupfer ist die Abschirmung der Radioaktivität von der Radioaktivitätsabschirmung. Also die Abschirmung für die Abschirmung sozusagen. Ja, dann sehen Sie nebendran den Detektor, der ist etwa einen Meter hoch, 30, 40 Zentimeter im Bildmesser. Und da darf ich Ihnen ein bisschen technische Details geben, wie dieser Detektor funktioniert. Wenn Sie sagen, das interessiert Sie nicht, dann ist das in Ordnung, wenn ich ja nach der Musik ein bisschen lauter, können Sie sich Musik anhören, das ist auch in Ordnung. Aber für die Damen und Herren, die das interessiert, wie baue ich einen dunklen Materiendetektor. Wir fangen an, wir nehmen einen Topf, das Topf hört sich nicht gut an, den nennen wir es Prüostat, und füllen da flüssiges Xenon rein. Hatte ich in der Pause eine Frage bekommen, warum flüssiges Xenon? Flüssiges Xenon hat eine ganze, ganz lange Reihe von sehr vorteilhaften Eigenschaften für uns. Eine dieser Eigenschaften ist, dass ich ja versuche, dunkle Materie einzufangen oder mit der dunklen Materie in Wechselwirkung zu treten. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist natürlich höher, wenn ich möglichst viel Zeug habe, mit dem die dunkle Materie in Wechselwirkung treten könnte. Das heißt, ich suche ein Material, das sehr dicht ist. Das dichteste Material, das wir haben, sind die Atomkerne selber. Das heißt, ich suche ein Material, das sehr schwere Atomkerne hat. Und da ist eben das Xenon-Bezicke-Beriodensystem, wenn wir gucken, rechts unten, hat sehr große Atomkerne. Das ist ein sehr gutes Netz, sozusagen, in dem wir versuchen, die dunkle Materie einzufangen. Xenon hat außerdem noch ein paar nette Eigenschaften. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es flüssig, dann leeren Sie es einfach wieder aus, reparieren was und leeren es wieder rein. Das ist auch nicht so richtig teuer, das ist auch ganz gut. Und wir haben hier eben Kameras, die sind hier schematisch dargestellt. Wenn Sie Ihr Smartphone angucken, dann hat das, ich weiß nicht, was jetzt ein Neues ist, 16 Millionen Pixel oder so. Unsere Kamera hat nicht 16 Millionen Pixel, unsere Kamera hat 200 Pixel. Also nicht 200 Millionen, sondern nur 200. Aber das Tolle an diesen Pixeln ist, jedes einzelne Pixel kann eben einzelne Photonen noch nachweisen. Das sind sogenannte Photomodetail, mit denen wir das machen können. Und auch das ist eben dafür da, um selbst schwächste Signale der dunklen Materie noch einfangen zu können. Selbst wenn wir nur einzelne Photonen haben, können wir die nachweisen. Wie funktioniert das? Wenn wir, egal welches Teilchen kommt, um das Wechselwirken in dem gesehen, und das hat die Eigenschaft, das kennt man auch von anderen Materialien, zum Beispiel Plexiglas, wenn das so Teilchen getroffen wird, das blitzt, das auf, das ist zintilliert, mit SZ. Also tatsächlich mit einem S oder einem Z. Das zintilliert. Und wir können also diesen Lichtblitz sehen, das ist nicht genug, wenn Teilchen wechselwirken, dann reigen die auch ein bisschen. Es werden Elektronen frei, die Elektronen können wir in einem elektrischen Feld, an die Flüssigkeitsoberfläche driften und oben dann mit einem stärkeren elektrischen Feld verstärken und kriegen ein zweites Signal, das uns anzeigt, wie viel Ladung da produziert wurde. Und das ist eine tolle Sache, denn mit diesem Detektor kann ich zum Beispiel aus der Zelldifferenz der beiden Teilchen bestimmen, wie tief in meinem Detektor das Ereignis passiert ist, oder ich kann anhand einfach des Bildes feststellen, wo dieses Teilchen in meinem Detektor gestreut hat. Das sehen Sie auf dem nächsten Bild. Das ist tatsächlich so eine Aufnahme von unserem Detektor. Was Sie hier sehen, ist die Höhe im Detektor. Und ich habe vergessen, die Einheiten hinzuschreiten. Also hier oben ist der Flüssigkeitspegel, hier unten haben wir bei minus 30 Zentimeter, das ist der Detektor. Und dann haben wir hier oben abgetragen den Radius, also hier sind Sie in der Mitte, hier haben wir 15,3 Zentimeter Radius. Was Sie eben sehen, ist, dass die meiste Radioaktivität, die dann doch noch übrig bleibt, sich am Rande des Detektors einfängt. Das, was ich gesagt habe, ist, dass der Detektor ein sehr dichtes Netz, da bleibt ein Teilchen drin hängen. Und ich kann jetzt im Innersten von diesem Detektor, kann ich nach der dunklen Materie suchen, da habe ich nur noch sehr, sehr, sehr wenig Ereignisse. Um Ihnen ein bisschen eine Vorstellung zu geben, wenn wir diesen Detektor hier betreiben würden, die natürliche Radioaktivität würde da Zehntausende von Ereignissen in jeder Sekunde hervorrufen, da können wir sicherlich nicht empfindlich nach dunkler Materie suchen. Dadurch, dass wir hier ins Untergrundlabor gegangen sind und diese ganzen Abschirmungen vorgenommen haben, haben wir diese Rad hier runtergedrückt von natürlicher Radioaktivität anderen Untergründen auf etwa ein Ereignis pro Sekunde. Und jetzt versuchen wir eben mit weiteren Knips, zum Beispiel so, dass wir sagen, wir gucken nur in die Mitte vom Detektor, nicht am Rand, dieses Ereignis von einer Sekunde, ein Ereignis pro Sekunde weiter runterzudrücken. Die Herausforderung besteht darin, dass wenn Sie sagen, okay, ich habe so ein Ereignis pro Sekunde, dann suchen wir, die meisten sind nur Untergrundereignisse, die interessieren mich gar nicht, die will ich wegschmeißen, ich suche mit dem Detektor für ein ganzes Jahr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ob Sie Weihnachten oder Yom Kippur oder Ramadan haben, das spielt keine Rolle. Das ist ein großer Vorteil, dass wir eine sehr internationale Kollaboration sind, da können wir die Kollegen aus Israel übernehmen, die Weihnachtsschicht, und wir die Yom Kippur. Und die Herausforderung besteht jetzt also darin, wenn Sie ein Jahr lang die Daten genommen haben, auch in einem internationalen Team gemacht, von etwa 20, 25 Doktoranden und Postdocs, nach dem Ende von dem Jahr, dieses eine Ereignis zu finden, das aufgrund der dunklen Materie vorgerufen wurde. Ich habe Ihnen da noch ein paar mehr Details, die wir das machen, die Energie spielt natürlich eine Rolle, das ist nur noch sehr kleine Energie. Ich habe Sie vorgemerkt, das sind technische Details, aber ich habe Sie noch recht. Was ich Ihnen hier zeige, Sie haben wir mal geschaut, es spielt keine Rolle, was Sie auf der Achse betragen, es ist einfach die Energie der Teilchen, die eingetragen wird. Was Sie sehen, ist, wenn ich hier eine Neutronenquelle nehme, Neutronenstreuen an den Atomenkammeln, das würde ich auch für dunkle Materie erwarten, habe ich hier eine Kalibrationsmessung für, wie ich dunkle Materie erwarten würde. Jedes Ereignis ist ein Ereignis mit einer Kalibrationsmessung und Sie sehen also, ich würde erwarten, dass die dunkle Materie entlang dieser roten Linie aufreicht. Dann kann ich auch noch eine andere Messung machen mit einer Untergrundquelle von einer Kammerquelle. Sie sehen also die radioaktiven Untergründe, die mich eigentlich nicht interessieren, die sammeln sich entlang der gelben Linie. Nachdem ich dann meine Detektor so kalibriert habe, kann ich jetzt ein Jahr lang danach suchen. Und das ist alles, was Sie übrig bleiben. Sie sehen, Sie kriegen ein paar Ereignisse, aber die sind alle entlang der gelben Linie. Wir haben kein Ereignis gebunden, das entlang der roten Linie oder sogar beruntert ist. Das heißt, wir haben momentan noch keinen Hinweis auf die dunkle Materie binden können. Schade. Aber natürlich. Sehr gerne. Die Frage war, jetzt mache ich ja tatsächlich eine Annahme, es ist eine sehr gute Frage, dass die dunklen Materie Teilchen sind. Was Sie im Programm gesehen haben, wir haben nur diese sehr großflächigen Annahmen, dass es könnte ja, wer sagt denn, dass die dunklen Materie Teilchen sind? Am Ende vom Tage ist die Antwort auf diese Frage immer, ja, Sie haben recht, es müssten nicht Teilchen sein. Aber ich sage Ihnen, warum eigentlich die gesamte Forschung darauf abzielt, nach Teilchen zu suchen. Das liegt an der Quantenmechanik. Alles, was wir in der Natur kennen, ist quantisiert. Die ganze Natur ist quantisiert, deshalb funktionieren Computer. Und damit ist die Annahme eigentlich sehr naheliegend, dass ich sage, ja, ich suche einfach nach den Quanten der dunklen Materie. Quanten ist ein anderes Wort für Teilchen. Also ich gebe Ihnen recht, es müsste nicht sein, wenn Sie irgendwie mit einem anderen, wenn Sie ein anderes Konzept haben, aber selbst wenn Sie sagen, Sie wollen dunkle Materie, es soll ein Feld sein, wenn Sie den Begriff wollen, naja, Feld, das in der Quantenfeldtheorie auch kommt, dann haben Sie auch Teilchen. Das haben wir ja beim Higgs, jetzt vor zwei Jahren genau gesehen, es gibt einerseits das Higgs-Feld, aber das hat eben auch Teilchen. Also es gibt momentan kein, das kenne ich kein anderes alternatives Konzept, außer nach Teilchen zu suchen. Ja, sehr gute Frage. Ja, jetzt wenn wir nach gesucht haben und nichts gefunden haben, was machen wir dann? Weitersuchen. Warum auch nicht? Die eine Möglichkeit ist, dass ich diesen Detektor jetzt einfach 100 Jahre laufen lasse, dann werde ich 100 Mal empfindlicher, so alt werde ich nicht. Wir haben deshalb anstatt dessen Forschungsanträge geschrieben an unserem internationalen Team, das ist ein Team mit etwa 120 Wissenschaftlern aus 16 Instituten, hauptsächlich in Amerika und der Europäischen Union, Israel ist auch mit dabei und haben die Gelder bekommen, um einen größeren Detektor zu bekommen, den haben Sie im Programm auch gesehen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für Ihre Unterstützung von meinem Experiment, durch Ihre Steuergelder sind Sie an diesem Experiment beteiligt, und zwar jeder von Ihnen etwa mit zwei Cent. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, was wir jetzt hier sehen, ist, wenn man das immer größer baut, irgendwann mal können wir nicht mehr, wenn wir das jetzt auch mit Blei und Plastik und Kupfer abschirmen würden, das würde zu kompliziert, das heißt, wir nehmen einfach nur einen großen Edelstahltank und den füllen wir mit Wasser voll. Das ist hier gerade im Aufbau, als wir das Programm geschrieben haben, beziehungsweise diese Aufnahme gemacht haben, das war im August, mittlerweile sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Wir werden mit diesem Experiment im Sommer diesen Jahres anfangen, den Kryostaten, den Sie hier in der Wildmitte sehen, aufzufüllen. Dieser Kryostate ist jetzt etwa anderthalb Meter hoch und etwas mehr als ein Meter im Durchmesser. Das ist also doch schon ganz ordentlich. Da passen Sie jetzt, das alte Experiment hatte insgesamt etwa 50 Kilogramm an Xenon, das zur Suche der, nach dunkler Materie, 60 Kilogramm, die zur Suche nach dunkler Materie zur Verfügung standen. Dieses Experiment wird rund zwei Tonnen Xenon zur Verfügung stellen. Darüber hinaus haben wir dann noch verschiedene Möglichkeiten, konnten wir den untergrund, den radioaktiven Untergrund noch weiter drücken. Zum Beispiel ist es hier so, dass jede Schraube, jede Mutter, die an diesem Experiment ist, wird, bevor wir sie einbauen, auf ihre Radioaktivität hin untersucht. Also ich kann nicht einfach in den Baumarkt gehen, weil das hier ist riesig, viel zu hoch, dass ich eine Edelstahlschraube verwische, die irgendwie in China oder in Russland aus einem alten Atom-U-Boot gewonnen wurde. Das stört siehe nicht für die Bastelarbeit in der Garage überhaupt gar nicht, aber für so ein Experiment hier ist das nicht tragbar. Das heißt, wir machen tatsächlich, wir machen alle Schrauben selber aus Rohmaterial. Das ist ein bisschen anschlussvoll, aber ich finde, das klappt ganz gut. Im Sommer wollen wir diesen Detektor in Betrieb nehmen und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt und excited, wie man sich jetzt sagt, was denn damit rauskommt. Und das ist, weil wir damit ein Teilchen überprüfen können, ein Konzept, ein Modell überprüfen könnten, das, weiß ich nicht, ob ich Sie überzeugen kann, zumindest für mich, sehr natürlich ist. Was wissen wir von der dunklen Materie? Wir wissen von der dunklen Materie, dass sie Masse hat. Das ist die Gravitation, die sehen wir. Jetzt kann ich die Frage stellen, naja, wo kriegen Teilchen ihre Masse her? Teilchen kriegen ihre Masse her? Wir sind das seit zwei Jahren. Vom Higgs, genau. Das Higgs-Teilchen, das Higgs-Feld, das das Feld, das Teilchen ihre Masse gibt. Jetzt kann ich eine Annahme machen und es ist nichts weiter, als das, es ist eine Annahme. Ich kann sagen, naja, vielleicht habe ich ja Glück und die dunkle Materie bekommt ihre Masse auch vom Higgs. Muss nicht so sein, es gibt natürlich auch andere Konzepte, aber es wäre mal ein Konzept, eine Überlegung, das können wir beschreiben. Es wäre mal eine Überlegung und dann würden wir also sagen, okay, ich habe einerseits meine dunkle Materie-Teilchen, die sind ja üblicherweise mit Kie dargestellt, die fliegen so friedlich durch die Milchstraße und jetzt habe ich hier meinen Detektor mit meinem Xenon abwoben, das fliegt eben auch durch die Milchstraße und ich weiß, dass wir mit dem Higgs in Wechselwirkung, beziehungsweise mit dem Higgs-Feld in Wechselwirkung treten können, deshalb haben wir sie ja entdeckt, sonst hätten wir sie ja nicht entdecken können. Und wenn ich jetzt die Annahme mache, dass ich sage, naja, vielleicht kriegt die dunkle Materie ihre Masse ja auch vom Higgs, dann habe ich eine Brücke gebaut von unserer Welt in die Welt des dunklen Universums, dann wäre das Higgs eine Brücke, mit der wir mit der dunklen Materie reden könnten. Muss nicht so sein, könnte aber so sein. Falls das tatsächlich der Fall wäre, ich kenne das Higgs, kann ich ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dann werden wir diese dunklen Materie-Teilchen innerhalb von wenigen Jahren, vielleicht drei, vier Jahren, mit dem Detektor, den ich Ihnen gerade eben vorgestellt habe, tatsächlich entdecken. Also, soweit mich das betrifft, ausreichend spannend, um dran zu bleiben, um zu versuchen, hier der Sache auf die Stichel zu kommen. Ja, damit habe ich Ihnen eigentlich mein Experiment vorgestellt. Ich möchte Ihnen noch ein paar aktuelle Beispiele geben, was gerade jetzt in der Forschung passiert, was gerade diskutiert wird. Ein Haken dabei ist natürlich, das muss ich immer dazu sagen, weil häufig kriegen Sie Forschungsergebnisse ja erst mit, wenn man die Ergebnisse schon hat und dann weiß man schon, wie es geht. Das erzähle ich Ihnen hier nicht, das haben wir im Programm Ihnen erzählt, die Sachen, die wir wissen. Was ich Ihnen hier konkret und ganz bewusst mal erzählen möchte, sind so ein paar Signale, die vielleicht von der dunklen Materie herrühren könnten oder eben vielleicht auch nicht. Ob Sie das tun oder nicht, werden wir lernen mit mehr Daten, mit besseren Experimenten innerhalb von kurzen Zeiten, ein, zwei Jahren, dann werden wir das wissen. Heute wissen wir es noch nicht. Was Sie hier sehen, ist eines dieser aktuellen Forschungsgebiete, ist der Bullethaufen, den haben Sie im Programm gesehen. Also was hier passiert ist, sind eben, dass sich zwei Galaxienhaufen durchdrungen haben, die meiste normale Materie, der Fachmannsatz spricht von baryonischer Materie, das was man halt so kennt. Es sind rot dargestellt, es gibt noch ein paar Galaxien, das ist aber viel weniger, die sehen Sie in Weißlich und im Bau von Gravitationsdiensten, dort wo wir die dunkle Materie sehen. Der Bullethaufen war 2004, als er entdeckt wurde, er hat eingeschlagen mit der Bombe, das war ein wahnsinnig wichtiges Modell, um ganz viele alternativen Hypothesen, zu was denn die dunkle Materie sein könnte, auszuschließen. Konkret zum Beispiel, wenn Sie gesagt haben, es gab die alternativen Überlegungen, könnte es sein, dass wir einfach nur Schwerkraft nicht richtig verstehen. Dieses Bild widerlegt, das ist ganz klar, es kann nicht an der Schwerkraft liegen. Egal was Sie machen an der Schwerkraft, müssten Sie immer, die meiste Schwerkraft dort sehen, wo die meiste Masse ist. Also Sie können als Funktion der Entfernung, das können Sie irgendwie dran drehen, aber Sie können nie erklären, wo diese Verschiebung stattfindet. Dazu brauchen Sie wirklich was, das sich verhält wie Materie. Das war 2005, mittlerweile haben wir mehr als ein Dutzend dieser Cluster entdeckt. Ich habe Ihnen ein paar Bilder mitgebracht. Wir entdecken jedes Jahr so viel, wie wir in den ganzen Jahren so vor insgesamt kannten. Hier die Büchse der Pandora, also auch wieder zwei Galaxienhaufen, die sich ertrunken haben, und an denen wir dann suchen können, die Dunkelpatz-Serie zu studieren. Ab L520. Hier der Babybullet-Haufen, da hat jemand keine Fantasie gehabt bei der Namensgebung. Das ist offensichtlich grün. Und hier der Muskeball-Cluster oder Musketenball-Haufen. Der Musketenball-Haufen ist besonders, weil das die ältesten beiden Galaxienhaufen sind, die sich durchdrungen haben, ist das älteste Objekt, also das Objekt, bei dem das Durchdringen am längsten her ist. Und ich kann jetzt ja, was hier festgestellt wurde, ist, naja, wir wissen, dass die Galaxien sich ja einfach nur durchdringen, ohne dass sie sich beeinflussen und deshalb nicht abgebremst werden. Die normale Materie wird abgebremst, die bleibt dahinter. Aber ich kann jetzt die Frage stellen, naja, sehe ich einen Unterschied in der Massenverteilung, die mir die Gravitationslinsen anzeigen, also das Blaue, also die aufgrund der dunklen Materie, ist das woanders sein Zentrum als die Galaxien? Ich kann die Frage stellen, wird die dunkle Materie im Vergleich zu den Galaxien in so einer Kollision von Galaxienhaufen vielleicht doch abgebremst? Da habe ich Ihnen die wissenschaftlichen Daten hier mitgebracht, das ist so eine falschbare Darstellung, aber so sieht es dann aus, wenn man es jetzt aus dem Paper holt. Was Sie sehen können, ist, naja, man würde hier bei diesem Cluster sagen, dass das Zentrum der Galaxien hier ist, also, naja, da bin ich nicht so ganz sicher, irgendwo in dieser Hüfte, während das Zentrum der dunklen Materie hier ist, oder, naja, irgendwo in dieser Hüfte, das ist nicht so genau sicher, das ist der Fäderweil. Was Sie also sehen, ist, dass sich die Galaxien, die fliegen in diese Richtung, dass sich die Galaxien seit der Kollision in diesem Beispiel schon weiter bewegt haben als die dunkle Materie. Und die große Frage ist jetzt, naja, heißt es, dass die dunkle Materie miteinander wechselwirkt und sich eben doch abbremst? Das wäre natürlich fantastisch. Da hätten wir eine Möglichkeit zu messen, wie stark die dunkle Materie sich gegenseitig abbremst und damit, wie stark die dunkle Materie miteinander wechselwirkt. Das wäre toll für jemanden wie nicht, der dann versucht, Experimente zu bauen, weil damit weiß ich genau, wie wahrscheinlich es ist, dass die dunkle Materie mit meinem Experiment wechselwirken kann, wenn sich das bewahrheiten sollte. Es gibt da ein paar Fragezeichen an der Sache, ob man vielleicht irgendwie ein bisschen falsch gemessen hat, falsch geguckt hat. Dieses System ist sehr komplex, aber das ist gerade ein aktuelles Forschungsgebiet, das hier untersucht wird und man sucht Eigenschaften, Teilcheneigenschaften, Streuwahrscheinlichkeiten der dunklen Materie zu lernen. Ich habe Ihnen ein zweites Beispiel mitgebracht, aktueller Forschung, das ist eine Publikation von diesem Februar erst. Das hier ist ein Bild des Pulseus-Galaxienhaufens, also auch hier wieder Galaxienhaufen sind interessant zu untersuchen, weil die sehr viel dunkle Materie enthalten. Und was man da jetzt machen kann, ist, wenn man keinen in diesem Pulseus-Haufen, den kann man sich anschauen im Röntgenlicht, das wissen Sie jetzt auch schon, Röntgenlicht ist das, wo wir die meiste Materie sehen, das ist die Aufnahme vom Chandra-Teleskop, so sieht der Pulseus-Haufen im Röntgenlicht aus. Man sieht da doch einiges an Struktur. Und was im Februar eine Gruppe um Esra Bulbul gemacht hat, Sie haben sich genau das Spektrum angeschaut, also die Farbe dieser Röntgenlinien, es gibt die nette Geschichte, die Esra hat dieses Paper dann auf dem Preprint-Server, in meinem Gebiet gibt es Publikationen, die waren alle typischerweise vor der Publikation schon öffentlich für jedermann zum Routerladen und jede Frau ins Internet gestellt, auf hlxiv.org, auch wenn Sie genau wissen wollen, tagesaktuell, was gerade geht. Und die nette Geschichte ist also, dass die Esra diese Publikation auf dem Archive-Server hochgeladen hat, um dann drei Stunden später ins Krankenhaus zu fahren und ihre Tochter zu gebären. Gratulation, liebe Esra. Sie hat sich also mit einer Gruppe sehr genau angeschaut, im Pulseus-Haufen, was ist das Spektrum dieser Röntgenkranken. Und naja, die Daten sehen halt aus, wie sie aussehen, so sehen sie aus. Ich darf Ihnen das aber kurz zeigen, was man jetzt hier sieht. Das hier ist das Spektrum. Sie sehen hier so Buckel, so Linien, Spektralien, Linien, sagt man, man würde sagen, das hier ist eher bläulich, das hier ist eher rötlich und Spektralien kennt man aus den Atomen, die da irgendwelche Übergänge haben, das kann man sehr gut verstehen und weiß, wie das funktioniert, deshalb kann man das hier auch in so einer Linie sehr gut finden und Sie sehen, die Daten passen sehr gut in den Bit. Ups, außer hier, bei 3,5 Kilo Elektronenvolt an Energie passiert, also praktisch die Farbe, die Energie dieser Röntgenquanten, sehen wir einen Überschuss an Röntgenquanten, sehen wir mehr Signal, als wir eigentlich erwarten würden, aufgrund dessen, wie wir Atome und Atomübergänge und das Prionssystem der Elemente und Galaxienhaufen verstehen. Und die Frage ist, was erzeugt diese Spektrallinie? Das wissen wir nicht. Ups, da habe ich das schon wieder gesagt, das sage ich heute Abend eine ganze Menge, aber das ist eben die aktuelle Forschung. Es könnte sein, dass diese Spektrallinie von der dunklen Materie herrührt. Falls das der Fall wäre, dann müsste man das auch anderswo sehen. Hier sehen Sie zum Beispiel Daten von der Andromeda-Galaxie und wenn diese Linie tatsächlich von Richtungssignalen der dunklen Materie wäre, dann müsste man auch in der Andromeda-Galaxie bei 3,5 Kilo einen Überschuss sehen und tatsächlich man sieht in der Andromeda-Galaxie hier in M31 einen Überschuss bei genau dieser Energie. Das ist wahnsinnig spannend, dass es mittlerweile dieses Signal ist von mehreren Gruppen bestätigt, von mehreren Satelliten nachgemessen, die mehreren Objekten, nicht nur den Perseus-Haufen und der Andromeda-Galaxie, sondern mehr als 30 Galaxienhaufen haben wir diese Linie zurzeit jetzt entdeckt, seit Februar. Und die große Frage ist, was verursacht diese Linien? Es gibt momentan noch, vielleicht noch, noch keine klassische Erklärung, also die ohne dunkle Materie auskommen würde, würde man einfach sagen, ich verstehe vielleicht Atome nicht oder Galaxienhaufen nicht oder Galaxien nicht. Die einzige Erklärung, die es momentan gibt für diese Linie, ist tatsächlich, dass es eine Linie der dunklen Materie wäre. So stehe ich jetzt hier und zeige Ihnen das und vielleicht haben wir hier tatsächlich, habe ich Ihnen gerade eben die Spitze des Eisbergs gezeigt, den ersten Hinweis, dass wir der dunklen Materie schon auf der Schliche sind oder vielleicht in einem halben Jahr findet jemand irgendeinen systematischen Effekt und das hat auch mit der dunklen Materie gar nichts zu tun. Aber das wird die Zukunft zeigen müssen. Insbesondere gibt es hier große Hoffnungen, die Japaner haben einen Satelliten am Start im Frühjahr, den Astro-H-Satelliten, der hat so eine tolle Energieauflösung, damit könnten wir unterscheiden, ob es eine schmale Linie von der dunklen Materie ist oder eine breite Linie aufgrund von Spektrallinien. Wollen wir es sehen müssen. Ich habe Ihnen noch ein weiteres Beispiel aus der aktuellen Forschung. Das kennen Sie schon aus dem Programm, das ist die Internationale Raumstation. Bei der Programmproduktion hatten wir sehr großes Glück, dass die NASA uns mit einem, hier auch gar nicht eine Frage in der Pause, das Programm ist komplett selber produziert, ist alles selber gemacht, das Einzige, was nicht selber gemacht ist, das sehen Sie hier, ist, dieses Bild ist auf selber gerechnet, nur die NASA hat uns ein Modell, also ein virtuelles Hybrid-CAD-Modell von der Internationalen Raumstation zur Verfügung gestellt, aber die Programme, die Sie hier bei uns sehen, sind alle im Ende der Laufein. Auf der Internationalen Raumstation gibt es hier diesen AMS-Detektor, den Alpha-Marc-Milch-Spektrometer, und der hat unter anderem, da haben Sie das Programm auch kurz gehört, der hat unter anderem nach Positronen gesucht. Was sind jetzt Positronen? Das muss ich ein bisschen ausholen. Positronen sind Antiteilchen, es gibt Antiteilchen, das ist eigentlich schon 100 Jahre alte Physik, tatsächlich hat jedes Krankenhaus eine Antiteilchen-Maschine, vor 100 Jahren waren Antiteilchen noch ein bisschen ein Geschwinds, wo jeder gesagt hat, meine Güte, wozu sind die gut, die sind wahnsinnig teuer zum Herstellen, und dann kann ich sie nicht festhalten, weil sobald die irgendwo dagegen knallen, vernichten die sich in einem Lichtblitz, wozu sind die Antimaterie, gut und Gottes Willen. Heute, wenn Sie ins Krankenhaus gehen und in der Strahlentherapie einen PET-Scanner haben, das ist dann Positronen-Elektronen-Tomografie, Positronen-Anti-Elektronen, das sind Antiteilchen-Maschinen, die hier zum Wohle der Menschheit mittlerweile eingesetzt werden. Das Tolle an diesen Antiteilchen, warum sind die interessant für die dunkle Materie und nicht nur für das Krankenhaus? Die sind interessant, weil Antiteilchen, die gibt es eben normalerweise nicht, die vernichten sich ja sofort. Das heißt, ich habe hier, wenn ich auf der Suche bin nach der Stecknadel im Heuhaufen, einen sehr kleinen Heuhaufen, weil die Natur sehr wenig Antimaterie hat. Nutzen wir im PET-Scanner, nutzen wir auch hier mit dem AMS-Detektor. Wir suchen nach Positronen aus dem Weltall, die vielleicht in Vernichtungskollisionen von dunkler Materie entstanden wären. Ah, ja, noch ein paar Bilder. Und wiederum, der AMS-Detektor sieht jetzt eben ein Spektrum aus diesen Positronen. Wenn Sie das sehen, die Daten, die ich Ihnen zeige, sind von Mai diesen Jahres. Die Pressemitteilung war von den Leuten an der Kolaboration selber geschrieben. Die war ziemlich enthusiastisch. Ich teile diesen Enthusiastikus nicht so ganz. Was Sie eben sehen, ist wiederum als Funktion der Energie. Und hier zum Vergleichen, Protonen, also Wasserstoffkern, ist 1G-pauschwer. Also hier haben wir so viel Energie wie ein Wasserstoffkern. Hier haben wir einen Sauerstoffkern. Hier haben wir, was ist das? Wundert, das ist ein Urankern. Was Sie eben sehen, ist, dass das Energiespektrum der Positronen, beziehungsweise konkret Positronen über Summe der Elektronen und Positronen, dass das abfällt. Das ist das, was man erwarten würde. Und jetzt ist aber hops passiert, was doch ganz interessant ist, dass plötzlich bei höheren Energien sehen wir immer mehr Positronen, mehr und mehr und mehr Positronen. Und die Frage ist, was im Weltall generiert diese ganzen Positronen? Wo kommen die alle her? An die Materie? Sollte es eigentlich bei hohen Energie nicht so viel geben, es würde eigentlich erwarten, dass es abfällt. Ja, da gibt es im Wesentlichen zwei Erklärungen dafür. Die eine Erklärung ist, dass man sagt, es könnte dunkle Materie sein, die hier diese Positronen erzeugt. Oder aber, das sehen Sie hier am Bild, es gibt auch tatsächlich astrophysikalische Prozesse, die es ebenfalls erklären könnten. Hier die Elektronen könnten erklärt werden von SNR, Supernova Remnants, also üblich bleibt es von Supernovas, die könnten das doch ganz gut erklären. Und die Positronen insbesondere könnte ich von PWN, Pulsar Wind Nebula, also Pulsar Wind Nebula, also Pulsar Wind Nebula, heißt das so? Pulsar Wind Nebula erklärt werden. Aber, das Spannende an der Sache ist, naja, es könnte eben auch die dunkle Materie sein, da würden Sie auch so eine Linie erwarten, wie Sie die beiden alternativen Erklärungsansätze, also hier im Sinne von klassischer Astrophysik, also Supernovas und Pulsare, also Atomensterne, diese Erklärung zu unterscheiden von der dunklen Materie, dazu müssen wir hier weitermessen, müssen hier schauen, wie Sie sehen, die Vorhersage ist klar, wie dieses Spektrum wieder abfallen muss, und die Frage ist also, fällt dieses Spektrum tatsächlich so stark ab, wie man das hier erwarten würde, oder bleibt es hoch? So können wir es unterscheiden, ob es die dunkle Materie ist oder nicht. Der AMS-Detektor wird weitermessen, und bei so hohen Energien sind die Flüsse sehr klein, also müssen sie sehr lange messen, das wird fünf oder zehn Jahre dauern, aber dann werden wir auch bei diesen hohen Energien wissen, wie das Spektrum abfällt, ob wir hier vielleicht schon das erste Signal der dunklen Materie haben, oder eben doch nur ganz profaner Astrophysik, aufgesessen sind. Ich habe Ihnen noch ein letztes Beispiel mitgebracht, das zurzeit diskutiert wird, wo wir vielleicht schon die dunkle Materie gefunden haben, oder vielleicht auch noch nicht. Das hier ist der Fermi-Satellit, der von der NASA hochgeschossen wurde, der sucht nach Gammastrahlen, also sehr hoch energetischen Lichtteilchen, noch viel höher energetischer als Bröntgenlicht, und mit dem wurde, da hatte ich eine Frage in der Pause auch, verstehen wir denn diese Gammastrahlenblitze? Ja, wir verstehen diese Gammastrahlenblitze, da gibt es eine nette Geschichte, wenn ich da auf die Frage in der Pause kurz eingehen darf, in den 50er-Jahren, 60er-Jahren und Kalter Krieg, gab es diese Atomkernwaffentests, Sperrverträge, und die Amerikaner haben, um zu gucken, dass die Russen auch tatsächlich diesen Sperrvertrag einhalten, mit einem Satelliten ins Weltall geschossen, der nach Gammastrahlen, Zuggammastrahlen entstehen, wenn Atomwobenexplosionen. Und tatsächlich, das war natürlich die strengste Geheimhaltung, das ist klar, und tatsächlich hat dieses Satellit aber jede Menge Gammastrahlenblitze gesehen. Und es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis sie dann tatsächlich festgestellt haben, Moment mal, die Gammastrahlen, die kommen ja gar nicht von der Erde, die kommen aus dem Weltall. Und so hat man also Gammastrahlenblitze, Gamma-Rayburses, entdeckt, die waren lange Zeit erstmal noch gut auf den Schluss gehalten, weil das durften ja die Russen nicht wissen, dass man die Technologie hat, als man das dann doch irgendwann mal prägelassen hat, hat es dann 20, 30 Jahre gedauert, bis wir die heute verstehen, als wahnsinnig große, supermassive, schwarze Löcher, die hier solche hochgehende, höchsten energetischen Prozesse erzeugen können. Also um die Frage aus der Posi zu beantworten, ja, wir verstehen Gammastrahlenblitze sehr gut. Das ist auch nicht zuletzt aufgrund von diesem Satelliten hier der Fall, dem Fermi-Satelliten, der eben genau nach solchen Gammastrahlenblitzen aussucht. In den Daten von diesem Detektor haben jetzt ein paar, die an dem Experiment eigentlich gar nicht mitarbeiten, mal gesagt, naja, ich schaue mir doch mal mit diesem Gammastrahlen-Detektor die Milchstraße an. Und hier zum Größenvergleich habe ich Ihnen das auch gezeigt, so sieht die Milchstraße am Südsternhimmel aus und das Zentrum der Milchstraße ist also gleich hier in der Ecke. Aber Sie sehen, Sie sehen ein bisschen den Größenvergleichen. Was Sie gesehen haben, ist, dass tatsächlich aus dem Zentrum der Milchstraße, sehen Sie hier in gelb, ein Überschuss an Gammastrahlen vorhanden war, den man aufgrund von bekannten astrophysikalischen Prozessen nicht erklären konnte. Ja, und da haben die Leute dann gesagt, naja, meine Güte, das ist halt das Zentrum der Milchstraße, das verstehen wir nicht so gut, da hast du ein schwarzes Loch, da hast du Nebel, da hast Planeten und Sterne und Pulsare und alles Mögliche Zeug. Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert, das Zentrum unserer Milchstraße im Detail zu verstehen. Vielleicht gibt es da irgendwas, mit dem wir das irgendwann mal noch diesen Überschuss erklären werden könnten. Damit haben sich aber die Kollegen von der Uni Chicago nicht hier zufrieden gegeben und die haben sich da nicht nur das Zentrum der Milchstraße angeguckt, sondern die haben auch links und rechts davon geguckt. Hier habe ich Ihnen die Daten mal drüber gelegt. Sie sehen also auch hier ein Signal, sehr, sehr, das ist im Maßstab hier die Entfernung. Sie sehen hier also auch ein Signal in Gammastrahlen, höchst energetischen Gammastrahlen, das man nicht erklären kann momentan, das sehr, sehr, sehr weit weg von der Milchstraße immer noch vorhanden ist. Warum das sehr signifikant ist, weil es damit sehr viel schwieriger wird, alternative astrophysikalische Prozesse zu finden, die dieses Signal entfernen könnten. Auch das könnte ein Signal sein aus der Paarvernichtung der dunklen Materie. Falls es dunkle Materie wäre, würde man erwarten, dass es abfällt, so wie es hier mit der irgesogenen Linie angedeutet ist. Sie sehen also, das passt ohne wahr. Könnte also auch hier bereits ein Signal der dunklen Materie sein. Ja, und damit bin ich eigentlich am Ende von dem, was ich Ihnen aktuell aus der Forschung berichten wollte. Was Sie sehen, vielleicht so als Take-Home-Message ist, es gibt eine ganze Menge sehr verschiedene Technologien, sehr verschiedene Experimente, sehr verschiedene Daten. Es gibt in vielen von diesen Bereichen Aspekte, die wir noch nicht ganz verstehen. Das ist das Wesen der Forschung, dass wir eben immer gerade an dem Bereich sind, wo wir eben nicht wissen, was Sache ist. Und vielleicht haben wir ja die dunkle Materie sogar schon auf unseren Testplatten und wir wissen es nur noch nicht wirklich. Jetzt bleibt also sicherlich sehr spannend. Andererseits aber eben auch sind die Experimente, die wir heute haben, so mächtig, so empfindlich, dass wir unsere besten Modelle der dunklen Materie, ich habe Ihnen das Beispiel von dem Higgs-Feld erklärt, dass wir diese Modelle tatsächlich überprüfen können innerhalb der nächsten paar Jahre. Also das ist, denke ich, für mich eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Andererseits, wenn wir noch eins noch zum Aufräumen, da war eine Frage in der Pause auch, zu dem Large Hadron Collider, dem LHC am CERN. Was ist denn da? Da wird man jetzt ja gar nichts mehr, nachdem wir das Higgs entdeckt haben. Na, da hatten wir Glück, dass man zurzeit nichts hört, der ist nämlich gerade in Wartung. Deshalb konnten wir hier auch diese Aufnahmen für das kleine Fahrungsprogramm diesen Sommer machen. Normalerweise, wenn der Large Hadron Collider in Betrieb ist, kamen wir hier natürlich nicht hin, weil da viel zu viel Radioaktivität produziert werden würde, die man ja an diesen Detektoren eben untersucht. Aber dadurch, dass der Detektor momentan gerade noch in Wartung ist und er kriegt gerade einen Upgrade, war das für uns natürlich eine tolle Gelegenheit. Der Detektor wird im Mai nächsten Jahres auch wieder anlaufen, der LHC, und dann bei doppelter Energie. Also das heißt, Sie können selbst doppelt so schwere Teilchen noch erzeugen. Das ist damit auch sehr spannend, weil wir eben den Bereich weiter wieder um den Faktor 2 weiter vorschieben, den Bereich, in den wir hier mit der Duklematerie vortreten können, wo wir die Duklematerie untersuchen können. Also auch da, denke ich, ist der Sommer nächsten Jahres ziemlich spannend. Die ersten Ergebnisse der ersten Daten werden wahrscheinlich schon im Sommer nächsten Jahres veröffentlicht werden. Mal schauen, was es da gibt. Also es bleibt sicherlich sehr spannend. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben noch Zeit für Fragen. Ja, bitte. Bei diesem ersten Indiz für die dunkle Materie, die Drehung der Galaxie. Wie müsste denn da die dunkle Materie verteilt sein, also die Masse von ihr, damit das funktioniert, mit dem, was ich weiß nicht mal, Außenbezirk gleich schnell geht? Hervorragende Frage. Die Frage war, jetzt sehen wir diese Rondationskürfe der Galaxie, also die Galaxien drehen sich viel zu schnell. Und wir behaupten, das ist die dunkle Materie. Wie muss die dunkle Materie verteilt sein, damit das funktioniert? Und der Fachausdruck ist, die dunkle Materie müsste verteilt sein wie ein isothermaler Halo. Sind Sie so schlau wie vorher? Ein isothermaler Halo ist tatsächlich sehr angenehm. Das heißt, wenn die dunkle Materie einfach ein Block wäre, aus Gas oder eben aus dunkler Materie, der überall die gleiche Temperatur hätte, das ist eine sehr einfache Annahme, dann kriegen Sie automatisch das richtige Ergebnis. Also, das ist für uns eigentlich sehr schön, weil das heißt, wir verstehen, warum die dunkle Materie überall die gleiche Temperatur hätte. Das heißt, das würden wir sowieso erwarten und es kommt tatsächlich hinten auch richtig raus, Sie kriegen die richtige Rondationskürfe. Das ist überhaupt das Tolle an dem Konzept der dunklen Materie. Sie haben im Programm nur drei Beispiele gesehen, die Strukturentwicklung, die Rondationskürfen der Galaxien und... die Strukturentwicklung? Und? Bullet. Ah ja, genau, natürlich und der Bullethaufen, da gebe ich ein, die kollidierenden Galaxienhaufen. Es gibt zwei Dutzend an ganz unterschiedlichsten Beobachtungen für die dunkle Materie. Von drei Minuten nach dem Urknall, drei nur tausend Jahre nach dem Urknall, bis heute. Von dem Universum als Ganzen, dem Kosmos als Ganzen, über Galaxienhaufen, Struktur, noch kleine Galaxien und selbst noch kleinere Objekte. Und das Tolle ist an dieser dunklen Materie, das ist ein wahnsinnig elegantes Konzept. Es kann schon sein, dass die dunkle Materie keine Teilchen ist und irgendwas anderes, das wir noch nicht richtig verstehen. Natürlich verstehen Sie offensichtlich noch nicht richtig. Aber wenn Sie nur diese Annahme machen, dass es die dunkle Materie gibt, können Sie sich all diese wahnsinnige Vielfalt an Beobachtungen alle richtig erklären. Ohne dass Sie sich irgendwie vergründen müssen, dass man da jetzt irgendwie viele so Bells und Whistles einfügen müsste und hier noch eine Ausnahme und da noch eine Ausnahme ist. Es kommt einfach ganz natürlich richtig raus. Es ist eine sehr tolle Sache, das Konzept der dunklen Materie. Ja, bitte. Ist dann die Verteilung der dunklen Materie auch der Grund, warum die jüdischen Gesetze trotzdem funktionieren? Ah, die Frage war, ist die Verteilung der dunklen Materie der Grund, warum die jüdischen Gesetze trotzdem funktionieren? Ja, das ist die kürze Antwort. Sie könnten, es gab lange Zeit, bis vor etwa zehn Jahren, tatsächlich bis zur Entdeckung des Bullethaufens, immer noch die Überlegung, dass man vielleicht einfach nur die jüdischen Gesetze modifizieren müssen. Ganz so einfach ist es nicht. Sie müssten dann tatsächlich die Einsteins allgemeine Relativitätstheorie modifizieren, das wird schwierig. Aber diese alternativen Erklärungsansätze können heute die Vielfalt der Beobachtungen, die wir heute haben, nicht mehr erklären. Insbesondere zwei Beobachtungen, das eine ist aus der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, die das Spektrum, das Sie dort sehen und zum anderen eben den Bullethaufen. Das heißt, was die Wissenschaft heute eben gesagt hat, wir halten an den jüdischen Gravitationsgesetzen fest, wir halten an der einsteinischen Relativitätstheorie fest und führen dafür aber diese zusätzliche Materie ein, die uns die ganzen Ergebnisse dann eben doch auch sehr natürlich und sehr elegant erklären. Und diese gleichmäßig verteilte schwarze Materie dreht sich dann auch mit der Galaxie? Das ist eine ganz hervorragende Frage. Wie ist das jetzt, die dunkle Materie in der Galaxie, würde die sich mitdrehen? Wir gehen nicht davon aus, dass sie sich schnell mitdreht und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass die dunkle Materie ein isothermaler Halo ist, also überall die gleiche Temperatur hat. Das heißt, wir haben so die Maxwell-Voltzmann-Temperaturverteilung und wenn Sie da eine Rotation drauf geben, dann können Sie jetzt nicht mehr das sehen. Wobei der Sonne, die hat auch nicht überall die gleiche Temperatur, kann sie nicht haben, weil sie ja rotiert. Also wir gehen eher davon aus, dass die Eigenrotation der dunklen Materie in der Milchstraße nicht wesentlich ist. Ja, bitte. Wie soll es in diesem kleinen Detektor, also im kleinen Detektor zum Wechseln kommen, wenn es hoch ist auf den 1 Kilometer, fällt es aber nicht klassisch. Ah, das ist eine ganz hervorragende Frage. Ja, das ist eine ganz hervorragende Frage. Die Frage war, wie kann ich jetzt, jetzt gehe ich mit meinem Detektor unter Tage in Krasasso und habe all die ganzen Abschirmungen, wie kann ich mir sicher sein, dass ich jetzt die dunkle Materie aus Versehen nicht auch abgeschirmt habe? Gibt es zwei Antworten? Die eine haben Sie schon selber gesagt. Bei den Neutrinos funktioniert es so. Tatsächlich, Neutrinos sind dunkle Materie. Nur leider gibt es auch jede Menge davon, aber sie sind eben so leicht, dass sie nur ein verschwindend kleiner Anteil der dunklen Materie sind. Aber Neutrinos sind perfekte dunklen Materie, die wechselwirken nicht mit Licht, haben Masse, ist also genau das, was sie brauchen. Und bei Neutrinos funktioniert es. Also tatsächlich, Kollegen am Krasasso, stehen auch so Neutrino-Experimente. Die zweite Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist, dass es nicht von vornherein klar ist, dass das funktionieren muss, aber man hat eben erst mal leicht angefangen vor 20 Jahren und hat diese Experimente in einem normalen Raum hier aufgebaut. Und da hat man eben keine dunkle Materie gesehen. Dann hatte man einen relativ großen Heuhaufen noch und dann hat man eben Schritt für Schritt, ist man dann eben über die Jahre weitergegangen und hat den Heuhaufen immer versucht, kleiner zu machen, hat also das Experimente immer besser abgeschirmt. Das heißt, die Antwort auf die Frage, die zweite Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist, man hat schon versucht, ohne die Abschirmung zu suchen, hat es aber auch nicht gesehen. Also das heißt, wir wissen heute, dass wir diese Abschirmung haben können. Wenn die dunkle Materie sich abschirmen lassen würde, hätten wir sie in den vor zehn Jahren in der Vektoren entdecken müssen. Die Frage war aber, nach was für eine Wechselwirkung suchen wir? Da gibt es verschiedene Experimente und je nachdem, was Sie für ein Experiment machen, gibt es eine andere Antwort. Wenn Sie die hier im LHC sind, da ist die Antwort nach allen. Also da können Sie eine elektromagnetische Wechselwirkung haben oder eine schwache Wechselwirkung oder eine stauke Wechselwirkung oder eine Wechselwirkung über das Higgs-Feld. Das ist eine fünfte Kraft sozusagen, die wir heute entdeckt haben, das Higgs-Feld. In meinem Experiment nach, was für eine Wechselwirkung suche ich, ist mir eigentlich wurscht, um ganz ehrlich zu sein, solange ich irgendeine Wechselwirkung habe. Also meine Theoriekollegen, die machen natürlich Modelle und die schreiben tatsächlich die Formeln hin für ganz bestimmte Wechselwirkungen, also zum Beispiel über das Higgs-Feld oder zum Beispiel über die B- oder Z-Posonen, die schwache Wechselwirkung. Es gibt auch sogenannte dunkle Photonen, wo man sagt, naja, vielleicht gibt es eine dunkle Kraft und ich wechsle wirklich über so eine ganz neue dunkle Kraft. Das freut die Theoretiker, die sich da die Modelle ausdenken. Es ist mir eigentlich wurscht, solange die Vorhersage von diesen Modellen wäre, dass ich ein Signal sehen könnte. Also das Einzige, was ich in meinem Detektor brauche, ist, dass die dunkle Materie eine nicht verschwindende Wahrscheinlichkeit hat, dass es eben vielleicht ab und zu mal doch an meinem Atomkern oder auch an den Elektronen mal streut. Ich würde vielleicht noch eine Frage nehmen und dann die Runde hier beenden. Und dann können wir aber natürlich draußen auch noch weitermachen, weil ich bin ja noch da. Aber ich möchte Sie nicht zu lange hier gefangen halten. Wenn wir erfolgreich waren, können wir da vorschauen? Was wäre denn die Zerstörung? Eine fantastische Frage. Was wäre, wenn wir erfolgreich wären? Also warum ist es überhaupt interessant? Die ganz ehrliche Antwort, die können Sie schon raten. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, was die dunkle Materie ist. Wie kann ich dann wissen können, was man machen kann, wenn ich die dunkle Materie entdeckere? Wenn ich nicht weiß, weiß ich nicht. Es gibt verschiedene, sehr gute Gründe, warum man da trotzdem dran forschen sollte. Zum Ersten, der erste Grund, warum man diese Forschung machen sollte, ist, Sie sind alle hier, es ist interessant. Und Sie haben es gehört, es ist nicht wirklich teuer, ja, zwei Cent, naja. Der andere Grund ist, dass es in der Ausbildung, das ist einfach was für mich persönlich wichtig in der Ausbildung an der Universität, stelle ich fest, dass die dunkle Materie wahnsinnig gut geeignet ist, um die Studenten dazu zu motivieren, auch abstrakte Konzepte, zum Beispiel der Krankenechanik oder der klassischen Mechanik sogar, eben zu lernen und hier anzuwenden. Also es ist auch ein tolles Lehrmedium, weil es eben interessant ist. Die Detektoren, die wir bauen, haben Anwendungen in anderen Bereichen von der Medizintechnik, gerade zum Beispiel die PET-Scanner, die kann man mit Xenon verbessern, wie es der Zufall so will, oder den Teilchendetektoren, wenn sie heute, ich meine Neutrinos, was macht man mit Neutrinos? Heute steht in Südkorea ein Neutrino-Detektor, da wird geguckt, ob Nordkorea auch wirklich keine Atombomben zündet, weil man damit nach Neutrinos von Atombomben sucht. Also es sind so ein bisschen zugegebenermaßen momentan noch obskure Anwendungen, aber die gibt es auch jetzt schon zumindest für Neutrinos. Und dann gibt es aber eine Sache, wenn ich die dunkle Materie entdeckt habe, da weiß ich, was ich damit machen kann, und ich kann damit das Geschichtsbuch der Milchstraße lesen. Das heißt, die Milchstraße hat eine recht turbulente Geschichte in ihrer Entwicklung, da sind andere Galaxien oder andere Sternenhaufen in die Galaxie geknallt und haben da so richtig kräftig rumgerührt, und von diesen Kollisionen sehen wir heute eigentlich nicht mehr so wirklich viel, das hat sich über die Jahrmillionen einfach rausgemittelt, aber in der dunklen Materie, die dunkle Materie wechselwirkt ja nur sehr schwach, werden die übrigbleibsel, die Signaturen dieser Kollisionen immer noch in den Phasenräumen abzulesen. Das heißt, wenn ich die dunkle Materie lesen könnte, dann könnte ich im wörtlichen Sinne sozusagen das Geschichtsbuch der Milchstraße lesen, ich könnte schauen, wann gab es da wie viele von wo Kollisionen mit anderen Galaxien. Also das ist eine Anwendung, wo ich weiß, dass ich es machen kann, selbst wenn ich nicht weiß, was die dunkle Materie ist, weiß ich, dass ich diese Anwendung schon habe. Aber dann gibt es eben auch noch einen ganz anderen Aspekt. Und das ist der, naja tatsächlich, ich hatte es ja im Beispiel der Antimaterie ein bisschen angedeutet, vor 100 Jahren war die Antimaterie komplett obskur, war es für die Universitäten treuer, nutzlos, weil kann man nicht anlangen. Und 100 Jahre später, 50 oder 100 Jahre später, hat jedes Krankenhaus eine Anwendung für die Antimaterie. Das hatte der Herr Dirac, als der die Antimaterie postuliert hat, bestimmt nicht im Sinn, dass man damit Krebstherapie machen kann. Das hat sich eben so entwickelt. Also es stellt sich in der Grundlagenforschung immer wieder raus, dass, wenn man nur einen langen Atem hat, also mal über 50 Jahre oder 100 Jahre mal wegsehen kann und nicht immer gleich nächstes Jahr, wenn die nächste Aktionärs-Hauptversammlung ist, eine Anwendung braucht, dass sich dann über so Jahrzehnte doch sehr, ja ich meine, das ist Fortschritt. So funktioniert es ja, tolle Anwendungen herausgeben können. Was die sein werden für die dunkle Materie, müssen wir sehen. Ich gebe Ihnen aber noch, vielleicht als Schlusswort, noch eine ganz andere Antwort. Ich habe wiederum hier eigentlich immer nur über einzelne Teilchen geredet und es scheint sehr abstrakt, dass die dunkle Materie, wenn man so ein Spektrum sieht oder so ein Doppelerntes-Spektrum, naja, meine Güte, was soll das? Die dunkle Materie, es gibt aber fünfmal mehr dunkle Materie als normale Materie. Ist es denn so schwer, sich vorzustellen, dass vielleicht das dunkle Universum, das wir noch nicht kennen, auch fünfmal so schön ist wie das Universum, das wir kennen, auch fünfmal so komplex und auch fünfmal so interessant? Damit möchte ich Sie heute Abend entlassen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich bleibe noch da, wenn Sie weitere Fragen haben. Dankeschön. Applaus 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 Applaus